Diese Flockenblumen sind sinnbildlich für unsere Landwirte. Man sieht, wie auch die Bauern richtig Freude haben an der Biodiversität. Das ist eine Ökowiese, die jetzt gemäht wurde und die Flockenblumen haben offenbar so schön geblüht, waren dermassen voller Bienen und Hummeln, dass sie der Landwirt stehen gelassen hat. Manchmal beelendet das mich richtig, wie mit unseren Landschaftspflegern, unseren Bauern umgegangen wird. Ich weiss, was sich in den letzten 30 Jahren alles verbessert hat. Und dennoch scheinen sie zum Böhlimann der Nation geworden zu sein. Nichts ist gut genug, es gäbe keine Erfolge. Es wird ständig auf ihn rumgetrampelt. Ich bin täglich draussen in der Natur seit vielen Jahrzehnten. Ich weiss, wie viel sich da zum Positiven gewendet hat. Und an dieser Stelle möchte ich mich einfach einmal ganz herzlich bei unseren Bäuerinnen und Bauern bedanken.